Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. 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 Na, was gibt es denn da zu ruckeln? Das ist keine Raststätte... Ich frage, ob wir in Milano vorbeifahren... Dann ist... Ja, es ist mir so... Manu hat nochmal einen Stream geändert, den Titel... Das tolle ist Maus, ne? Es wird nur 17 Grad, aber heute Nachmittag soll es wieder anfangen zu regnen... Geil... Wie ich es erwartet hatte... Und wir liegen... Also mein Ort liegt genau in der Wetterschneize und wir kriegen halt nichts ab... Der ist auch nicht schlecht... Das ist auch nicht schlecht, ey... Ja, hier hat es auch geregnet... Auch geregnet, okay... Glaub ich dir... Das glaube ich dir... Wir fahren so rechts... Oh mein Gott... Nebel schon wieder... Also unten auch bei den Milano... Ein paar Mal vorbei... So will er das also... So will er das also... Die Nebelscheinwerfer reichen... Die Nebelscheinwerfer reichen... Krass... Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so arg ist, ey... Oh Gott... Tele-Pass kann man gerade ausfahren... Ba-bam... Am besten jetzt einfach nur eine gute Raststätte... Dann klappt das... Ich denke mal, ich habe da eine gefunden... Ich denke mal, ich habe da eine gefunden... Schickt der uns dann hin... Schickt der uns dann hin... Grat aus... Schickt der Nachkain... Schickt der Nachkain... ... avec den Nachkain... Schickt der mich hin? Auch sehr interessant. Schickt der mich hin. Schickt der mich hin. Ach doch, da ist er noch. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ah ja, das passt dann. Dann haben wir die am besten. Dann passt das. Dann machen wir noch Tank voll. Dann machen wir dann morgen voll. So. Wunderbar. Ja, können wir eigentlich hier gerade noch ein schönes Abschlussfoto machen. Mit so ganz dunklen Wolken da hinten. So. Also gut, ihr Lieben. Es hat mir sehr gefallen. Heute der Stream. Auch für heute. Für die tolle Unterhaltung. Ich bin. Ich bin.